Millionär schießt gegen NADDEL-Hater. Sie war mal kaputt, jetzt ist sie fit. Hamburg, für Nadja, Nadel, ABDEL Farag, 58, läuft es aktuell. Die einstige Skandalnudel hat mit der Hilfe ihres Unterstützers Andreas Ellermann, 58, offenbar wieder zurück in die Spur gefunden. Zuletzt gaben die beiden erst beim Schlagermove in Hamburg und vor wenigen Tagen auch beim Schlagerhammer in Oranienburg, Brandenburg, ihre Cover-Versionen von Fiesta Mexicana und Ich bin verliebt in die Liebe zum Besten. Die beiden Auftritte seien ein voller Erfolg gewesen, berichtete der Immobilien-Millionär bereits vor wenigen Tagen bei Instagram. Am Donnerstag meldete sich Andreas nochmals in seiner Story, um allen, Neidhammeln, eine Ansage zu machen. Alles, was so verbreitet wird, von wegen wir sind ausgebucht worden, stimmt nicht. Wir haben Applaus bekommen. Lüge, 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 schimpfte der Rheinbäcker. Gleichzeitig kündigte er weitere Auftritte in Österreich, auf Mallorca und in München an. Anschließend übernahm, Nadel, das Wort, die beiden saßen gerade zusammen beim Mittagessen, um zu erklären, weshalb sie so gern auftrete. Diese beiden Nummern sind wirklich super. Die erinnern mich an früher und an meine Kindheit. Zudem hätten die beiden wahnsinniges Feedback bekommen. Ich weiß nicht, warum da gewisse Leute, die es eh auf mich abgesehen haben, immer nur negativ sind. Aber die haben offensichtlich Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Auftritte. Andreas Ellermann macht deutliche Ansage. Seht das endlich ein. Abschließend ergriff der Millionär nochmal das Wort, um über die 58-Jährige zu sprechen. Diese habe nämlich schon fünf Kilo zugenommen, seit er sie unter seine Fittiche genommen habe. Alle, die sagen, die Arme muss zur Therapie und sie kann nicht mehr, Mensch, ihr seht sie doch hier lebendig rumlaufen. Sie war mal kaputt. Jetzt ist sie fit. Seht das endlich ein, ihr Neidhammel. Eine deutliche Ansage.